Herzlich willkommen zu einem Erklärvideo der Firma Selve. Mein Name ist Guido Schildbach und ich möchte Ihnen heute ganz kurz erläutern den Unterschied der beiden Funksysteme Iveo und Comeo. Iveo wurde in der Vergangenheit auch Intronik genannt. Iveo ist das unidirektionale Funksystem. Das bedeutet, wir senden vom Sender aus Informationen zum Antrieb. Das bidirektionale Funksystem Comeo sendet genauso Informationen vom Sender zum Empfänger, also zum Antrieb, bekommt aber auch vom Antrieb eine Rückmeldung. Es wird also hin und her gesendet. Bidirektional. Für Sie zu unterscheiden sind die Antriebe relativ einfach. Die Iveo und Intronik Antriebe hatten als Abkürzung immer ein R für Radio und die aktuellen Antriebe haben diese Bezeichnung RC, können also das alte System, das Iveo-System verstehen und auch das Comeo-System, deswegen die Bezeichnung RC. Bei den Sendern kann man relativ einfach unterscheiden. Auf der Rückseite haben nämlich Iveo-Sender eine Programmiertaste und die Comeo-Sender haben auf der Rückseite die Programmier- und die Select-Taste. Für nähere Erläuterungen zur Erstprogrammierung schauen Sie bitte in weiteren Videos nach. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020